Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ghost Fleet und ja, lange lange ist es her, dass wir hier Wimmelbild gespielt haben. Es tut mir unendlich leid für alle die, die lange drauf gewartet haben. Wir suchen immer noch eine Tauchmaske. Ich habe keine Ahnung, wie wir an das Ding rankommen. Es ist mir echt ein Rätsel und was hier alles so rumsteht. Ich muss mich erstmal wieder hier reinfinden, aber auch das sollten wir hinkriegen. Das ist ein total toller Plan. Suche weiter südlich, okay. Okay, die Sea Venture. Gucken wir einfach mal bei der. Seegeschiff, 17. Jahrhundert. 10 Objekte, okay. Äh, ich habe ein Sonalsignal aufgenommen. Es scheint dasselbe Signal zu sein, dass auch dein Vater in seinem U-Boot, bla bla. Ich werde das Schiff tauchen und untersuchen, dass du dann meine... Entschuldigt, dass ihr das gerade nicht lesen konntet, weil... Okay, wir brauchen jetzt wieder eine ganze Menge krempeltes Ding, da kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich muss erstmal gucken, was wir jetzt die ganze Zeit für Artefakte noch suchen. Okay, den Stiefel und sowas hatten wir, glaube ich, gefunden gehabt. Hier, das Ding haben wir nicht gefunden. Also irgendwelche Ringe, Briefmarken und Uhren und sowas brauchen wir auf jeden Fall noch. Ähm, welches Wrack haben wir gerade? Irgendwas mit Sea, war das Sea Venture, genau. Dieses britische Schiff war eines der Flaggschiffe der britischen Marine im 17. Jahrhundert. Es war eines von neun Schiffen, die in Richtung Jamestown, eine Kolonie von Virginia, unterwegs waren. Ein Orkan zwang die Schiffe in der Nähe von Bermuda zu landen. Das Schiff lief auf ein großes Korallenriff auf. Das Wrack ist nur zum Teil erhalten, weil viele Teile des Schiffs dazu benutzt wurden, neue Schiffe für die Schiffsbrüchigen zu bauen. Und ja, gut, das ist eigentlich ziemlich interessant. Nur viel interessanter ist, ob wir jetzt den ganzen Kram hier finden. Ähm, was brauchen wir eigentlich alles? Knochen, Sauerstoffflasche, Spiegel, Schwert, Hummer, Mörser und Stöbel, Hut, Glocke und Flasche. Ach, Mio, ja. Ich habe heute gerade eben das Spiel angemacht und das war echt, äh, ein Traum, das mal wieder so zu spielen. Und dann kam diese Musik und dann dachte ich, yeah, weil ich spiele Wimmelbild wirklich gerne, aber die Spiele hier von, ähm, der Firma sind halt sehr, äh, wow, wir haben den, den Bonusinhalt gefunden. Müssen wir uns auf jeden Fall noch durchlesen. Ähm, sind halt sehr, ich will nicht sagen einfältig, aber es gibt halt nicht so viele Optionen. Das ist schnell durchschaubar und dann suchst du wirklich halt in jedem Bild irgendwie 10.000 Sachen. Und gerade suche ich zum Beispiel die Glocke und finde sie nicht. Tada! Äh, Hut, Mörser und Stöbel. So ein Stöbel, das Ding, womit man, also indem man mörst, das hier, ne? Waha, indem man mörst. Wie heißt denn das? Mörsert? Wie, wie heißt denn die Tätigkeit dazu? Ich, 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 ich weiß es nicht. Ähm, also, wenn man das tut. Ach man, no. So, Hummer. Hier ist ein Hummer. Das ist ein scheiß Hummer! Toll, jetzt habe ich hier 10.000 Fehltritte, weil er den Hummer nicht genommen hat, aber okay. Äh, Schwert, 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 Schwert. Ist das ein Schwert? Das ist ein Schacki-Schwert! Das ist ein Schacki-Schwert! Sie verarschen? La, 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 la! Das ist voll toll! Ähm, Spiegel, der? Knochen. Ähm, ist das ein Knochen? Äh, Schede ist auch ein Knochen. Aber ich glaube, sie meinten die Mehrzahl von Knochen. Flasche, Schwert, Sauerstoffflasche. Da kommen wir irgendwie nicht hin, ne? Brauchen wir dazu irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Schwert und Flasche. Was für eine Flasche? Das hier? Juhu! Das hier sieht aus wie eine Sauerstoffflasche. Waha, ich habe die Sauerstoffflasche gefunden. Yeah. Ähm, aber was ist jetzt das Schwert? Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das das Schwert ist, aber er sagt beständig nein. Hä, wo ist denn... Achso, meint er das hier. Äh, alles klar. So, haben wir was im Inventar, wo wir mit da hinkommen? Nein. So, das nicht. Das auch nicht. Hey, das wollte ich gar nicht. Mit nem Haken? Nein. Mit nem Tauchgürtel. Äh, okay. Äh... 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 So, was brauchen wir jetzt noch Tolles? Ne? Die Schnur? Nein. Hä, aber... Wie soll ich denn da hinkommen? Der Tipp bringt mir grad irgendwie gar nichts, weil ich hier nichts mehr habe. Okay, dann müssen wir, glaube ich, wieder, ähm... Zu ner Karte. Können ja hier nochmal gucken, wie wir da rankommen. Brauchen wir da vielleicht diesen Haken? Waha, und die Schnur? Yay! Und dadurch haben wir jetzt was? Ah, jetzt mal... Achso, die Tauchmaske brauchen wir jetzt noch für das andere Dingel. Ah, ja, das ist ja wieder toll. So, dreh die Einzelteile, um das Bild wieder herzustellen. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich nehme an, dass es so rum ist. Äh... Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Es sieht alles so verkehrt aus. So. So, ne? So. Da, da, da! Da, da, da! Hä, wie rum? Achso! Oh, war richtig, ne? Ja. Wir werden es schaffen, Leute. Ich bin voll überzeugt. Wow! Wir haben... Wow! Mann, ich habe schon lange nicht mehr so einen Erfolg gefeiert. So, dann gehen wir jetzt da mal mit der Tauchmaske hin. Und schauen mal, ob wir jetzt da reintauchen können. Das wäre ja schon mal was. Aha! Okay, ich gehe hinein. Ich bin in einer Minute zurück. Ich habe nur einen kleinen Sonarsender gefunden. Keine Spur von deinem Vater oder dem U-Boot. Es sieht fast so aus, als sollte jemand uns ablenken. Oh, natürlich! Ich spreche mit Eric Burne. Er hat mit, äh, Dr. Paul... 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 An dem Tag vor dem Verschwinden deines Vaters gesprochen. Ich habe gehört, wie die beiden über irgendeine wertvolle Ladung auf der City of Glasgow gestritten haben. Hier sind die aktuellen GPS... Die... 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 Keine Ahnung. Yay, Tauchgang beendet, yo! Aber wir haben diesen komischen Ring immer noch nicht gefunden. Was? Nimm ein Bild des richtigen Fischs auf. In der linken oberen Ecke wird das gesuchte Exemplar dargestellt. Suche den Fisch und klicke mit der Maustaste, um ein Foto zu schließen. Ähm... Wir haben einen Fisch. Und jetzt holen wir uns den nächsten Fisch. Ist das der Fisch? Nein, das ist nicht der Fisch. Der Fisch hat einen Punkt. Hallo, Punkti Fisch. Punkti Fisch! So. Äh... Kein Fischfisch. Äh, der hier, ne? Wow! Und? Und, und, und? Der sieht ja cool aus. Ähm, nur... Äh... 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 Ich sehe nur irgendwie nicht. Entweder ist er nicht da, oder ich bin blind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hä, der ist so dunkel. Warum sehe ich den nicht? Wow, jetzt sind da so viele Fische im Bild. Wo ist der Fisch? Ich glaube, da oben war er gerade kurz, aber ich habe ihn voll übersehen. Ich habe ihn erst gesehen, als er schon weg war. Ach, da haben wir ihn ja doch noch gefunden. So. Fisch? Fisch! Ja, da kriegen wir wieder nur ein Gut, weißt du? Ich fand die Lichtverhältnisse voll super. Ähm... 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 Großartig! Großartig! Ich bin ja begeistert. So, wo ist der Fischi-Fisch? Fischi! Wow! Fisch, Fisch, Fischi-Fisch. Fisch, Fisch, Fischi-Fisch. Wow! Ähm... Fisch? Fisch? Fischi! Fischi! Fischi ist nicht da. Oder ich bin blind. Ah! Fischi! Das ist der Fisch, ja ne? Tada! Und der letzte Fisch Wow, es war der letzte Fisch Okay, cool, wir haben es komplett Oh, wir haben auch das Level komplett gemacht Gesammelte Objekte 41, Gesammelte Inventarobjekte 8 Falsche Klicks 76 Naja, wenn das Schwert dann nicht das Schwert ist Gelöste Minispiele 5 und Gesammelte Artefakte 3 Cool, cool, cool Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen Und dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen Die kommt dann am Mittwoch Ach herje, ja, es kommen mal Folgen wieder geplant Ich gebe mir Mühe, damit wir das Spiel hier auch mal abschließen Und dann ein neues Wimmelbild kommen kann Und ja, dann schaltet auch am Mittwoch wieder ein, wenn ihr wollt Und dann bis danni, ciao